Hallo, wir sind der Reichenmehrer Sportverein. Wir möchten uns gerne mit dieser Botschaft an Sie wenden, um uns für Fördergelder jeglicher Art zu bewärmen. Tja, geplant ist es zukünftig eine Flutlichtanlage zu errichten. Flutlichtmasten liegen hier schon, aber leider fehlt uns das Geld für den Rest der Materialien. Und deswegen bräuchten wir die Prämie oder würden etwa ein Teil der Gelder hier reinfließen in die Flutlichtanlage. Hier sind unsere Wechselkabinen und die müssten mal erneuert werden. Ja, weitere Gelder würden in zwei neue Kleinfeldtore fließen, weil die alten sind in einem schlechten Zustand. Hier sehen wir jetzt das Sportgelände des Reichenmehrersportvereins. Mit unserem einzigen Fußballplatz, der zwar eine gute Basis zum Fußballspielen bildet, jedoch an einigen Stellen ausgebessert werden müsste. Das Vereinshaus des ReichenmehrersVs mit den Umkleidekabinen, die sehr renovierungsbedürftig sind. Und der Flutlichtanlage, die jedoch leider nur das vordere Feld des Fußballplatzes ausleuchtet. So, werte Damen und Herren, nach dieser kleinen Führung konnten Sie sich nun einen Eindruck machen. Hier hapert das wirklich an allen, außer an dem Willen, Fußball zu spielen. Und der Flutlichtanlage, das sind die Flutlichtanlage, die sehr, 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 sehr. Vielen Dank.